In diesem Video zeige ich dir, wie du mithilfe eines super einfachen Tricks die Haltbarkeit der Klingen deines Nassrasierers auf mehrere Monate verlängern kannst. Wenn du wissen möchtest, wie das Ganze funktioniert, dann bleib unbedingt dran und schau dir dieses Video einmal bis zum Ende an. Wenn es nach den Herstellern geht, dann solltet ihr die Klingen bereits nach kurzer Zeit entsorgen und entsprechend neu ersetzen. Doch es geht anders und zwar mit einem ganz einfachen Trick. Und zwar solltest du genau diesen Trick jeden Morgen vor deiner Rasur anwenden. Schiebe einfach die Klinge deines Nassrasierers ein paar Mal schnell über deinen Unterarm, entgegen der Rasurrichtung. Denn dadurch richtest du winzige Metallsplitter auf, die ansonsten flach bleiben und entsprechend die Klinge stumpf werden lassen. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, lege den Rasierer auf keinen Fall nach dem Abspülen mit den scharfen Klingen nach unten. Denn das fördert die Rostbildung an den Klingen. Lege daher den Rasierer immer auf den Rücken und lass das entsprechende Restwasser über den stumpfen Teil deines Rasierers abtropfen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Unterstützt meinen Kanal mit einem Abo. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Macht's gut!